eine ohana soprano ukulele mit einer decke aus massiver zeder eine ohana sk 50m hochglanz lackiert mit einem schicken binding der korpus der restliege ist aus einem laminierten mahagoni geflammtes mahagoni mahagoni hals ein hardwood griff bread mit 15 bünden jawohl schicke kopfplatte jawohl akila seiten abracadabra auf die plätze fertig los so 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 Musik Musik Ich finde ja schon, dass diese Hochglanzlackierung so ein bisschen knatschen, oder? Naja, jeder wie er es mag.